Hallo meine lieben Freunde, ich hab's endlich geschafft. Ja, Ausforderung 19 ist absolviert und wow, ich hab echt hart lange daran gesessen. Und das wirklich an einem Stück, ne. Ich wollte, ich war so ehrgeizig, ich wollte es einfach schaffen. Und ich hab, glaub ich, siebenmal oder achtmal gespielt, immer mit anderen Taktiken. Und dann hab ich's endlich geschafft. Ich wollte euch eigentlich noch dazuschalten, wie ich es schaffe. Allerdings, als ich dann gesehen hab, boah, jetzt schaff ich das auf jeden Fall, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen, hab ich einfach nicht mehr dran gedacht, weil ich einfach so da war, ja. Und dann hab ich meinen ersten Shotgun-Schuss daneben gesetzt und den zweiten hab ich dann nochmal getroffen. Ja, und nun, könnt mir dieses Projekt beenden, wenn ich es schaffen würde. Diese Herausforderung im First Try zu schaffen, aber schaut mal, die Anfänger sind weg. Und jetzt kommen auch noch die Kriegsherren und Müttern in der Hölle. Das ist ja super. Das wird ein... Oh mein... Gott! Ich... Okay, der ist es down. Oh, jetzt ist der Hannibal dran. Ich seh ihn schon kommen. Es wäre einfach so episch, wenn ich den First Try zu schaffen würde. Oh mein Gott. Was ist die Hölle los? Dann, wurde der Dennis dort dort abgezogen worden. Sieh-schä. Bitte kommen, großer Vogel! Okay. Arrgh! Arrgh! Ja, okay. Musste ich jetzt einfach mal so machen. Ich denke, es gab einfach nichts Besseres. Das haben die noch nie gemacht. Und auch noch eine Banane. Ich glaube, das springt da selber auch noch rein. Das ist ein Vollidiot. Okay. Bis jetzt sieht es eigentlich noch machbar aus. Hilfe. Okay. Ich treffe mich selber, aber... Ich weiß nicht, ob er down geht. Ich schätze mal, nein. Nee. Jetzt stehen wir alle auf einen Haufen, jawohl. Einer ist tot. Der wird jetzt alle mitnehmen. Ja. Alle natürlich. Nur meine. Und dann treffe ich den noch nicht mal hundertprozentig. Der ist natürlich dran. Natürlich ist der dran. Wer sollte denn sonst... Der macht auch noch übelstens Killshotnel. Ich habe nur noch einen Wurm. Es ist die letzte fucking Mission. Und das ist einfach der helle... Das ist einfach die pure Folter. Immerhin. Jetzt ist der Sand, der C dran hat. Nein. Okay. Der könnte mir nichts anhaben. Der ist weg. Okay. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass der Hyper da hinten steht, weil die können mir eigentlich alle nichts anhaben, solange da diese Mauer ist. Eigentlich müsste ich alle Wimmer auf eine Seite holen. Das wäre einfach das Beste. Ich werde das jetzt eh noch nicht schaffen. Ich sehe es hier schon. Ein. Ich werde eigentlich schon eine normale Granate. Okay. Ich konnte noch ein Springer. Er ist tot. Das ist optimal. Nur noch der Hannibal. Den muss ich da noch irgendwie runterkriegen. Dann sieht es noch optimal aus. Auch wenn ich schon noch eine Wurm habe. Es sieht aber gut aus. Ich weiß nicht. Soll ich mich trauen da drauf zu gehen? Nee, ich riskiere es irgendwie nicht. Ja, okay. Ja, ist okay. Ist okay. Bitte, der teleportiert sich auf meine Seite. Ist ja echt geil. Ist er hier irgendwo? Nee. Bitte kommen, großer Vogel! Okay. Hallo, Kamera. Wer ist denn jetzt dran? Kamera! Ist er da unten? Ach Gott, die Kamera ist gerade mal wieder so scheiße, ey. Okay. Ich muss mich jetzt hier irgendwo verschanzen. Ich glaube, ich sprenne mich hier rein. Ich muss mich verschanzen, Leute. Das hilft nichts. Da könnten die zwei jetzt supergute Granate reinwerfen, ne? Aber das ist mir sowas von scheiße egal. Ja, büm. Ach, wo geht der mit, ey? Okay, der hat sich schon mal einen Weg durchgeschossen. Wenn ich vielleicht... Kamera! Boah, wenn ich größ... größes Glück habe... Nicht damit, nicht damit. Könnte ich viel leichter durchschießen. Na, schade. Schade. Es sah ein guter Haus. Es wäre nice, wenn diesen Schritt gegenseitig killen. Oh Gott, der hätte den aber beinahe den Kopf abgedrennt. Das ist ja optional. Jetzt bin ich nämlich dran. Und ich könnte den da unten vielleicht sogar runterschießen. Na, hat er nicht ganz hingehauen. Schade. Ich sitze hier dran, ne? Die posiert sich da hoch. Soll er machen. Soll er machen. Noch weiter runter zielen. Das war doch optional. Das war doch mal optional. Das war doch mal optional. Ich muss dir hier... Ja, ich schlulme mich jetzt mal hier ein. Und skippe. Ich kann da nicht rüberschießen. Ich würde niemanden treffen. Ich würde denen irgendwie nur eine Chance geben, mich zu treffen. Und das möchte ich nicht. Das ist ja optional. Das ist ja der helle Wahnsinn, was die hier veranstalten. Der killt sich einfach mal halbtot. Der killt sich sogar tot. Der killt sich sogar tot. Oh, eine sehr gute Sprachwindung hier. Ja, der hat jetzt auf jeden Fall viel Leben. Ich schaue auch viel Leben. Mami's Boy. Oh, das ist ja optional. Den könnte ich auf jeden Fall jetzt killen. Den könnte ich killen, der hat auch 100. Aber nicht zu weit springen jetzt hier. Das sah jetzt ziemlich schlecht aus. Um Gottes Willen. Oh mein Gott, ich habe ihn getroffen. Es ist ja absoluter Hammer. Noch einer weg. Nur noch drei? Nur drei Leute? Wir könnten es schaffen. Mit einem. Oder geschehen Dynamis. Das ist nicht so toll. Ich schlulme mich jetzt hier ein. Halt dein Maul mit vor. Ich mach meinen Dicken. Mami's Boy. Ich finde der Spruch ist genial. Das ist optional, wenn der da hingeht. Dann könnte ich durchschießen. Der aber auch. Und der tut's. Und der trifft natürlich. Ob ich treffe, ist meine Sache jetzt hier. Ich habe allerdings auch noch eine Lenkrakete. Aber ich weiß nicht, ob ich die Lenkrakete dafür verwenden möchte. Das wäre gut. Der hat sehr, sehr viel Leben. Und der könnte sich sogar noch mehr Leben holen, wenn er dran ist. Ich glaube, ich hole mit. Ich mach das jetzt hier mit der... Dafür musst du dir aber auch wirklich genau da durchfliegen. Das ist auch noch die eine Sache. Und die fliegt durch. Das ist einfach Hammer. Den könnte ich, wenn ich gut schieße, würde ich da runter schießen in der nächsten Runde. Der wird jetzt erstmal zwei Runden da unten stehen bleiben, weil die sind so dumm zum Kacken sind. Das ist einfach so. Den könnte ich da runter schießen. Ja, 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 ja. Genau so wollte ich's machen. Der ist ja nicht tot. Aber er könnte mich eigentlich nicht mehr so treffen. Er könnte mich eigentlich nicht mehr treffen. Das heißt, ich werde mich jetzt eigentlich wieder einlullen. Der schießt sich da auf. Das ist eigentlich gut. Gott, der trifft sogar da hinten hin. Okay, ich kann's versuchen, den da runter zu schießen. Dafür muss aber wirklich der Aufprall mächtig genug sein. Dafür muss der sehr mächtig sein, der Aufprall. Oh, ja, ja, ja. Ja, 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 hier. War zwar nicht ganz mächtig genug, aber er war mächtig. Ist jetzt dran, der Albert, der da. Er kriegt eine Mine, die kann er da schlecht einsetzen. Soll ich das nochmal probieren? Komm. Aber hör. Ja, okay, jetzt. Also, ich denke auch, ich würde den von da jetzt nicht mehr treffen. Cengiz. Der könnte mich treffen. Ne. Aber der hat mir jetzt die Möglichkeit wieder mal gegeben, den Typen zu treffen. Wenn ich jetzt nicht den kleinen Pixel da vorne treffe. Man, natürlich, ich treffe sogar den großen Pixel. Der dürfte mich da nicht treffen. Außer er hat eine Lenkrakete, die nicht optimal trifft. Der hat eine Lenkrakete damit somit verschwendet. Ich hab's aber jetzt auch nicht mehr die beste Schussposition. Ne, ich hab's gar nicht bessere. Sehr gut. Ah, knapp da. Knapp da drunter. Ist jetzt bei denen dran. Der Albert. Der skippt, obwohl neben denen ein... Oh, ne, doch nicht. Jetzt skippt. Wenn der jetzt dran ist, trifft er mich. Ne, Cengiz dran. Optimal. Optimal, mein Freund. Ich hab da hinten hingetroffen. Das ist ja auch cool. Oh, Holiday. Der könnte mich jetzt ordentlich... Oh. Scheiße. Ich glaube, ich muss von da weg. Jetzt hilft mir auch da das Eindull nichts mehr. Und ich bin jetzt mal kackend frech. Teleporta mich noch nicht. Ich bin einfach mal so kackend frech. Jetzt heißt es, alles nach vorne werfen. Weil jetzt ist nämlich einer von den beiden dran. Die dürften mich nicht. Der ist tot. Aber ob der jetzt das schafft, da unten irgendwie eine Granate hinzuwerfen? Nee, der trifft sogar mit der Shotgun. Schade. Ich schätze, vielleicht geschafft, es waren nur noch zwei Böhmer. Als nächstes hätte ich den Holiday runtergeschossen, weil der wäre ja auch als nächstes dran gewesen. Und danach den da oben. Aber schade. Aber ich muss sagen, die Mission ist auf jeden Fall viel, viel, viel mehr machbar als die andere. Man muss nur irgendwie richtig alles einsetzen. Ich denke auch, ich hätte den Offspringer ganz am Anfang ganz auf diesen Stein stand, den hätte ich als erstes da wegholen müssen. Weil der war ja sein Tod schon besiegelt. Ja, also ich denke, in der nächsten Folge könnten wir das auf jeden Fall reißen, weil... Ja. Ja, weil... Ja, deswegen halt, ne? Weil man einfach jetzt weiß, wie man das eigentlich machen müsste. Man muss einfach alle auf eine Seite bringen. Und dann einfach nur noch rüberschießen, wie ich das gerade gemacht habe. Und das werden wir in der nächsten Folge mal probieren. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch da wieder ein, denn dann könnten wir das hier ja schaffen. Würde mich sehr freuen. Und ich sag bis dahin. Tschüss. Und dann kommen nalie. Und dann was euch das 28. Und dann komm bitte mal kurz. Und dann?